wir haben hier verkaufszahlen von 120 pro monat wir machen umsatz von 1.184 euro da können wir rechnen okay ein drittel davon wer unser netto gewinn ich lade die woche zwei bis drei neue videos zum thema amazon kdp hoch also wenn du kein neues video verpassen wird dann klicken besten fall jetzt auf abonnieren vielen dank ihr heute haben wir wieder eine neue nische für dein amazon kdp business generell für die nicht wissen was ist amazon kdp das funktioniert so dass wir eine fertige pdf datei erstellen mit einem buchkaber laden das zusammen bei amazon kdp hoch und dann kann jeder das buch auf amazon kaufen wie jedes seht und so ist ebenso man erstellt einmal eine digitale datei amazon übernimmt komplett den druck versand die komplette abwicklung mit den kunden und wir bekommen immer unseren gewinnanteil der legt dann so bei drei bis sechs euro pro buch und somit können wir das komplett automatisieren und was uns heute anschauen wollen wäre das thema einkaufsplaner es ist offensichtlich eher eine low content nische wenn man eben schon mit wenigen euros damit starten kann und prinzipiell geht es einfach darum dass wir einkaufsplaner erstellen also hier vorlagen bei dem man eben eintragen kann okay was will ich heute essen was brauche ich dafür und da ist eben so dass uns auch spezialisieren kann also es nun ganz normalen einkaufsplaner zu verkaufen wäre ein bisschen zu einfach man kann es zum beispiel spezialisieren einkaufsplaner für männer einkaufsplaner für singles dass man da noch mal die unterlinie schon nimmt aber wir können sie einfach mal hier beispielsweise hier so ein einkaufsplaner anschauen der ist an sich ziemlich einfach aufgebaut wir haben hier eine übersicht über die woche was ich wann essen will habe daneben hier noch die einkaufsliste dazu und das wiederholt sich einfach dann jede woche also man kann es aber dann abreißen die nächste woche aber die felder hier zum ausfüllen bleiben die ganze zeit gleich erinnert sich nicht viel deswegen ist für uns ziemlich einfach weil wir nur einmal eine seite erstellen müssen und diese dann ganz einfach duplizieren können ja wir können ja mal hier von helium 10 das tool x-ray nehmen und dort mal reinschauen hey wir haben sich eigentlich die verkäufe entwickelt welchen umsatz macht das buch dafür öffentlich ist einfach mal hier das plugin von helium 10 also das x-ray tool und dort sich nicht direkt schon weitere daten wir haben hier verkaufszahlen von 120 pro monat wir machen umsatz von 1884 euro da können wir rechnen okay ein drittel davon wer unser netto gewinn dazu passen können wir einmal hier die grafik öffnen weil es oft so manche bücher haben eine saisonalität das soll natürlich vermeiden deswegen schauen wir uns hier mal die komplette grafik an über ein jahr hier sehen wir da waren die verkäufe ziemlich niedrig also nur einer pro tag hier sind sie angestiegen und dann hier richtung 1 januar also beginnt vom jahr extrem hohe verkäufe aber man kann sagen hier war das buch vielleicht noch relativ neu hier hat sich etabliert und jetzt haben hier durchschnittsverkäufe von man kann sagen vier am tag und somit wäre das buch profitabel das gleiche können wir uns anschauen für den bsr also der bestseller rank umso niedriger umso besser das orientierung messung bsr hat für von zum beispiel 12.000 also hier der bereich dann würde mir so drei verkäufe am tag machen aber das wäre uns irrelevant weil wir haben hier das tool von helium 10 da sehen wir direkt okay wie verkäufe machen wir und lohnt sich das buch überhaupt wenn ihr auch ihr lieben zehn abonnieren wollt ich habe in der video beschreibung zwei rabatt kurz einmal geld akademie 10 für zehn prozent rabatt einmal geld akademie 20 für 20 prozent rabatt jedoch nur für die ersten sechs monate also einfach auf den link in der video beschreibung klicken und dann könnt ihr mal helium 10 austesten jetzt wollen wir selber so einen plan erstellen aber vielleicht seid ihr nicht so begabt also gerade was so grafische gestaltung angeht ist halt für die meisten schwierig deswegen empfehle ich da dass wir hier auf kanva gehen dort gibt es eben extrem viele vorlagen wie ihr seht ich habe hier oben einkaufsplan eingegeben da kommen wirklich etliche vorlagen die wir eben hier kostenfrei bearbeiten können sind unterschieden zwischen pro inhalte normalen inhalten also hier die pro inhalte können wir nur dann bearbeiten wenn wir auch das abo haben für 11,99 monat die restlichen können wir an sich so bearbeiten wir können uns zwar hier eins auswählen zum beispiel ist hier und klinge sie auf passe diese vorlage an die vorlagen sind meistens auf englisch deswegen ist natürlich dann alle englischen wörter auf deutsch übersetzen also hier dann einfach einkaufsplan beispiel reinschreiben hier drüben dann datum und was natürlich auch machen müssen wäre dass wir auch so die farben ändern wir dürfen zwar die vorlagen verwenden für unser buch jedoch müssen wir aus dieser vorlage etwas einzigartiges machen wie machen wir das zum beispiel hier haben wir diese schrift ändern wir dann die schriftart in zum beispiel diese schrift hier dann haben wir hier diese hintergrundfarben das sind genau das gleiche statt dem ton können wir noch etwas graues nehmen ich denke wisst was ich meine einfach erstmal hier die sprache ändern die farben ändern die schriftarten ändern vielleicht bis in die anordnung ändern und wenn sie wenn ich hier dann so eine vorlage fertig habt dann könnt ihr einfach hier auf duplizieren klicken und da habt ihr noch mal eine und das macht dann so lang bis eben dann so ein buch habt mit so mindestens 100 zeiten und hätte dann einfach mal den inhalt fertig für euren einkaufsplaner jetzt brauchen wir natürlich noch ein buch cover da würde ich einfach auf fiverr gehen das sagen wir so zwischen 10 und 30 euro für so ein gutes buch cover weil natürlich das buch cover ist entscheidend für die konversion also ob leute wirklich das buch auch kaufen wollen weil wenn ein buch gut aussieht dann kauft man das auch und da würde ich einfach das vergeben man jemand auf fiverr wie die person hier da zahlt ihr dann eure zehn euro dafür aber habt dann wirklich auch ein gutes buch was eben ansprechend ist und da sind wirklich die zehn euro dann gut investiert weil wir davor hier kaum ausgaben hatten für den eigentlichen buchprozess im letzten schritt sind wir dann hier auf amazon kdp dann müsst ihr euch davor einen account machen dann wäre ich hier im bücherregal und würde dann eben ein neues taschenbuch hochladen jetzt wäre es natürlich so dass ich hier dann alles ausfüllen müsste angefangen von buchtitel autoren name beschreibungstexte auch hier die kategorien dass ich hier das buch zu ordnen kann da kann ich bis zu drei kategorien auswählen die stichwörter das sind hier sieben kielwörter die hinterlegt und beim buch auch gefunden wird diese finden wir auch mit dem tool helium 10 heraus also mit dem cerebro tool und ja jetzt muss ich alles ausfüllen dass ich weiter könnte im nächsten schritt würden wir hier eben die pdf datei hochladen das buchkabel hochladen in diesem dritten schritt dann auch sagen okay in welchen ländern ich dann das buch verkaufen und zu welchem preis und da sehe ich auch dann direkt okay welche marge wäre es also für mein buch welches dann verkaufen würde für zum beispiel 15 euro dann klicken wir veröffentlichen dann wird es eben bis zu 72 stunden geprüft von amazon und dann kann jeder das buch auf amazon kaufen dann wenn du auch gerade am anfang stehst von einem amazon business aber es läuft einfach noch nicht richtig weil du zum beispiel keine nischen findest die keywörter nicht profitabel sind nicht weiß wie man das buch am markt auf amazon dann kannst du mir auch mal schreiben also hier auf meiner website ganz auf den link klicken dann kommst du instagram oder schick mir ein e mail an die adresse da können wir dann gerne einen termin auszumachen für ein kostenfreies erstgespräch da kann ich mal hier sagen okay wenn ihr das interesse an so einem coaching hättet wie läuft das genau ab wie kann ich euch helfen und natürlich auch was kostet ist weil es ist natürlich das ziel dass wir hier einnahmen aufbauen die dann irgendwie aussehen wie diese hier von mir und ja wenn ihr einmal das werkzeug erlernt habt können es immer wieder wiederholen für jedes andere buch und deswegen lohnt sich einfach langfristig sich auszukennen ok wie gehe ich hier bei dem auftritt business strategisch vor wenn du noch mehr videos sehen willst gerade zum thema amazon kdp dann lass doch gerne ein abo da würde ich mich echt extrem freuen und ich würde sagen wir sehen es zu einem neuen video